Fleisch waschen, trockentupfen und in Würfel schneiden Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden Lauchzwiebel grün beiseite stellen 2 Ofen vorheizen, auf e bis h erd 220 Schrägstrich Umluft 200 Schrägstrich Gas Es hersteller, zu 2 Esslöffel Öl in einem Bräter erhitzen Fleisch darin rundherum kräftig anbraten Das Weiße der Lauchzwiebeln zugeben und kurz mitbraten Mit Mehl und eine türkische Liga Paprikapulver bestäuben, anschwitzen 1,5 E-Wasser angießen, aufkochen und Brühe einrühren Ca. 15 Minuten köcheln Eine türkische Liga Gemüsebrühe Klammer auf Instant Klammer zu 2 Packungen Klammer auf E 650 Gramm Klammer zu Bucket Potatoes mit Sour Cream 3 Inzwischen ein Backblech mit Backpapier auslegen Die Kartoffeln in ca. 1 cm breite Scheibe schneiden Auf das Backblech legen, mit 3 Esslöffel Öl beträufeln und mit Salz würzen Im heißen Ofen 12-15 Minuten backen 4 Paprika abtropfen lassen und in grobe Stücke schneiden Mit Lauchzwiebel grün zum Gulasch gebe und kurz erwärmen Mit Salz und Pfeffer abschmecken Kartoffelscheiben aus dem Ofen nehme und mit dem Gulasch anrichten Eventuell Sour Cream dazu essen Klammer auf Kühlregal Klammer zu Ein Glas Klammer auf 370 Milliliter Klammer zu Röst Paprika Backpapier Klammer zu Klammer Klammer Vielen Dank.